herzlich willkommen zurück leute fortnite br gruppen action ich lande schornstein mit kundern kapuze alex ich lande auch schornstein und jetzt gib mir die waffel bevor sie runterfällt jawohl hast die falle runter ja wenn die wenn die hier oben aus der kiste ploppt fällt die runter dann baut man ein stück ab damit man nur noch keinen fallstand bekommt so gut jetzt geht's los ich möchte nicht sterben ich möchte überleben weil ich liebe das leben hier sagen wir uns erst mal sammeln damit falls einer dann geht ihr dann helfen können die alle neben anderen haus ich und der kundern sind da oben lag noch was kaputt so ja willst du warte mal kommt aber ich habe eine warte ich bin vor eurem haus jetzt versuch schnell reinzukommen alex okay okay zusammen ja so was jetzt was ist der plan dann komm schon haben wir es geändert nein oder no way was willst du denn ich will nur in diesen blöden truck und habe es gar nicht geschafft auf die haube zu springen mit dir hinten kannst du ja ruhig haben wenn du willst oder schritte ich die ganze zeit oder seid ihr das wir sind jetzt da auch unten hier ich kann grauer erst rum ich habe eine grauer er ist relativ nah an dem ja noch ein schildschrank am gimmick container wo ist der gimmick container 300 sind relativ nah vor uns ich habe das gehört alex ich wollte es eben nur kurz um ich habe ihn gerade gesehen habe ich ja diese lauten weiter gerade alle der eine hat mich gesehen am baum der letzte baum der container links da sind welche da hinten ist noch wer siehst den ja aber ich versuch gerade den der von links ja den hat einen die links habe ich muss vor mir links auch ich hab zwei hits gekriegt von mir eine hat kein schildschrank dann habe ich für uns bei dir sind alle down wenn man medikit oder so hat liegt da auf jeden fall echt medikit auch ja da 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 ja ich sehe es wuuh das war sogar super knapp ich habe hier eine waffe für dich welche jetzt kommt irgendwie scheiße äh alex hast du den zweiten schildschrank noch dabei wenigstens ja lieg dir da oben da ja ich sehe es ich sehe es danke alex ich hab dich so gern warum weißt du das ich weiß ich hasse die waffe echt deswegen hat er sie dir gegeben hehehe das nehme ich trotzdem als nette gehst ja sehr nett von alex alex ist wirklich manchmal nett so weiter geht's äh äh war das jetzt äh wie viele kills habt ihr gerade null null ok das war kein vierer team ne ich wollte wissen weil die haben ja auf was geschossen da musst du uns bloß stellen ne es ging darum dass ich die ja hab schießen sehen ne ich weiß auf die muss ja auf uns und nicht auf uns ja genau so ähm da vorne ist aber eine mauer ist aber keiner dahinter angekappt wo sind wir denn wir sind wieder mitten in der zone deswegen gehen wir grad zum rand ihr habt nicht gute waffen ne also ich hab grüne AR grüne shotgun warum magst du die waffen nicht die ich habe alex weil die zu wenig damage macht die macht wenig damage aber dafür hat sie halt einen äh äh gegner ja 255 läuft auch der läuft die selbe Richtung Revier ne ja darum vorne ist weg ja die macht zu wenig damage auf den fern und dafür dass sie einen scope hat bringt halt eigentlich nix du triffst halt nur gut mit der waffe kapuze musst du einfach drauf halten nicht vor zielen egal wie weit der gegner weg ist wenn ein waffen auf uns drauf ist triffst du oder konnten die vorher nicht wissen äh links links würde ich sagen weil die sind doch eher links gelaufen rechts hätten sie ja gesehen oder der ist noch oben auf dem berg links das wäre unser Tod das ist jetzt gebt mir mal nicht nach kurz bis ich na ich geh trotzdem nach guck mal dann kann ich dann wenigstens nach hinten auf den berg aber berg hinter uns nicht Achtung da ist ne Lücke wenn ihr die Treppe hoch ja ich bin tot ach ne doch nicht einer von euch muss weiterbauen kann denn einer die Lücke schließen vielleicht eben ja mach ich mit F3 oder F3 wo ist die Lücke Boden ist F2 direkt wenn du die Treppe hochkommst ich hab ich hab ich hab diese Lücke da haben sie aufgemacht oder ja ne der Schirm ist noch da der ist gelandet okay ich hab irgendwas nachladen gehört ich hab glaub ich die Waffe gewechselt ich hab den Airdrop ich hab den Airdrop aufgemacht ich bin nicht gemutet oder nein wo bist du okay beim Airdrop ich hab ihn gelootet war nicht oben auf dem Berg der war in den Tattel drunter aber wie ist das sinds alles drin oder ne ne epische Eier mit scope warum ist denn da keiner wo sind unsere beiden Ganoven hin ja genau ich hab mir seit der 15 HP verschenkt aber egal aber wir können uns hier noch locker eben auf die Zone warten ist eigentlich nicht schlecht wo ist denn das Jump Pad wie kriegt man das das kann man einfach platzieren und fertig ja du musst auf dem Boden platzieren das ist ne Falle sozusagen das ist ne geile Falle aber kann die dich auch töten weil es ihr als Falle gilt oder ne das geht nur zu töten wenn über die was ist das ist ne Falle weil die Mechanik dieselbe ist weil du sie einfach auch nix ähm SW kommen Gegner die laufen jetzt gerade in die Zone sozusagen rein also du kannst ich bin den Berg schon mal runter gegangen weil ich mich gerne abfangen würde hinter dem Haus sind die jetzt oder an dem Haus das ist das einzige Haus was da steht ja ne ja das ist mit der kleinen Garage neben dran da kommen welche von W kommen auf das Haus zu keine Ahnung ob das der selbe ist ja die haben im Haus hast du gesehen im Haus ist ne Wand weg ja die bauen das Haus sozusagen gerade ab ja die kommen jetzt da die laufen da auf zu ja die haben es gesehen im Haus sind auch schon welche ne ne haben sie nicht doch der guckt doch zu uns da oder aber der linke läuft komplett offen ok es gibt nen epischen Kampf jetzt nein zwei eins ich hab ne gute Posi WTF und unglaublich mieses Aim gerade ist nicht mal ne Runde wie sieht wo der dann rechts hab ich links hab ich einen habe einen habe einen habe einen habe einen habe einen links sind alle tot ja alle tot das war so schlecht was waren wir dem einzelnen zeigen den wir haben uns zu früh gezeigt die haben uns ja voll gesehen ne ich war der letzte es könnte sein dass sie ne ich hatte ich hatte ne optimale Posi die stand seitlich zu denen die standen beide hintereinander ich hätte den beiden sozusagen ich hätte die killen müssen ich hab so schlecht geschossen mach dir nix draus starlocat ich fühl mich so ein bisschen wie der jones gerade hab jemand ein kill keine hits ja da war mehr drin ich fühl mich echt mies okay wenigstens ist da mehr drin das ist okay das ist nicht so ganz schön hat er eine Airmonie ja 118 Schuss hab ich gerade bei mir liegt auch noch Airmonie loote ich nicht aufm Berg oben wird gebaut 220 wie mies Airmonie ist unten 120 aufm Berg riesig können wir nicht übersehen dass er gebaut wurde waren das die Dudes die wir vorhin gesucht haben ne ne die Dudes die wir suchen sind nur zu zweit ne das hab ich doch drei gesehen oder so blaue Waffe oder Schilddrang nächste Falle ist Bodenfalle oder Bodenfalle nehm ich aber mit ich hab schon eine ich werd einmal eine platzieren heute noch platziert hab ich heute schon einen aber dann kam keiner Kunde jetzt reiß dich mal an boah ey mich wurmt das von gerade fahrt mich echt was los ich glaub ich werd alt bin noch schon 27 jetzt ach so Jürgen möcht' hier auch nochmal sein also der Berg könnte uns jetzt sehen Richtung Süden taug doch mehr hinterm Baum hier vor uns direkt er ist low hat schon zwei 30er Hits abgekommen hab ich nieder gestreckt der Jones ist halt wirklich ein eiskalter Killer ja da kann ich sagen was ja Moment aber dann fehlt ja immer noch sein ja oben aufm Berg oben aufm Berg meinst du ja da ist er gebaut ja aber meinst du das ist das Team ja warum bleibt er hier unten ja weil er vielleicht runtergefallen ist ist das ein Granaden hinter uns Schuss ich bin auf jeden Fall schonmal schnell oben ich kann gucken ob ich Backup geben kann sag doch mal was ist hinter uns hinter uns einfach hat immer noch auf mich hat nen Hit gekriegt ja unten haben sind zwei sind zwei guck zeig dir nicht hat nochmal nen Hit gekriegt er hat kein Schild mehr wir müssen uns nicht zeigen eigentlich ja er ist hinterm Berg jetzt er hat sich getfressen zwei Kills schon was sagst du jetzt komm kaputt die laufen die Stadt die gehen weg aber war gut war gut war meiner war mein der hat nochmal nen Hit gekriegt ja ich habe dafür keine Munition gut Leikills also ich bin ein eiskalter Killer wo kam das her Alex Sacken auf uns wird geschossen was ist links unten passiert sind immer noch die Dudes oder ja sind immer noch die Dudes ich sehe aber die Schüsse nicht oh ja ja ich höre sie ne kommt das nicht von der da rechts ja ich bin jetzt unten hier sind immer noch die Dudes man kann runter ich habe sogar eine Treppe gebaut die einen fangen könnte jetzt sind das ein anderes Sniper übrigens ja in der Stadt auf dem Dach muss man zu bauen wo Koordinaten immer noch so N eher aber es sind ja nicht alle leider also ich renne da jetzt relativ close vor mir ähm SE ist auch einer close? ja er zieht sich im Stern hat ein 31er Hit Schild ist schon weg einer war close hier bei mir also direkt um mich rum unmittelbare Nähe ja ich sehe ihn hat sich eingebaut dahinten dahinten? musst du doch weiter wechseln hab einen ausgenommen das war mal wieder schön ja das kann man doch wieder zeigen hallo das der ist äh die Zone kommt ja 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 wir sind aber genau drin der ein Gegner ist in diesem kleinen Wald hier vor mir 105 da ne ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da hab ihn ich hab schon ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da ja ich seh noch welche 365 äh 45 kann er das Medium noch mitnehmen? ja ich hab kaum noch Munition ich auch nicht ja ich hab genug aber ich will erstmal irgendwo rein wo wir kurz sicher sind hier in das Haus in diese Hütte eben bleibt noch hier oben äh ist Kapuza auf K ne wer ist denn das? achso ja weil ich wenn ich Muni droppe Alex mach ich das nur jetzt hier ja mach doch ja dann hast du keine ich guck mal zu dir oh Gott das war jetzt ziemlich viel hast du so viel? ja ich hab 500 Schuss ok sag du mal von wo kommt nicht routen hier eben hier Alex da hier Alex da Gott also 330 von hier aus da müssen wir eh hin oh ein Airdrop wohin gehen wir? links am Rand ja ja da sind die Gegner oder nicht? ja ist ok ok irgendwo hin müssen weil ja ich hab keinen Raketenwerfer das stört mich ein bisschen den DG gegeben der Raketenwerfer ist schon cool da 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 wo? sag mal hinter dem Haus ja ok und jetzt die Himmelsrichtung noch? 35 hinter dem Haus bei 30 hast du ihn gesehen? genau da und der eine Dude ist vor ihm gelaufen der will jetzt versuchen zu ihm zu kommen meine letzte Granate oben auf dem Baum oben äh hinterm Zaun hinterm Zaun und unten hinterm Zaun auch noch da wo der Granatwerfer hinkommt da sind nur zwei das sind nur zwei ja ich bin oben nicht ins Haus gehen sind Fallen drin der letzte der letzte ist low haben wir alle looten und weiter looten und leveln looten und leveln looten und leveln oh das ist der alter Schwede ey sieben Kills kaputze sieben Kills sieben Kills ja ich hab mich grad erst wie Jones gefühlt da jetzt in ihrem Start da haben wir aber richtig gut gefühlt da haben wir noch Raketen kann ich gleich checken ich hab zwei Raketen hab ich ok das ist nicht so viel was ist das da hinten eigentlich wie eine HP Anzeige da ist ey nicht so verschämt zu einem also nicht hier oben ist gefährlich und das ist nur ein bisschen für mich hier oben ist das bin ich eingebaut ich hab mich so also ich hab so gebaut wie ich das bauen wollte ja ich will kurz gucken was ich habe was willst du Raketen ja 22 Stück reichen die dir? ja ja fliegen jetzt hier rum danke hab ich grad unter uns noch Steps gehört ich seh Gegner auf jeden Fall 105 ziemlich weit weg neue Zone ist auf jeden Fall nicht für uns oh die fuck wie weit man vor eben also hoch eben muss also zwei Leute sind das ok was machst du denn da oben schmaukart da ist jetzt alle oben ne Kondran ist unten beste Aussicht hier oben Kondran ist ein Krieger äh ja ich geh auch es fehlen noch ne ganze Menge es fehlen noch ne ganze Menge Leute leider ich komm wirklich jetzt nicht hoch wegen dir ne kommst du nicht ich hab dazu gebraucht naja wenn wenn das bei 105 ein 4er Team ist fehlt nur noch ein könnte nur noch ein ich hab nur 2 gesehen ok ja gut ja gut keine 4 also mindestens 3 Teams leben insgesamt noch ja ich seh auch 75 75 eh genauer wow wow ich mach mein Ninjutsu ich mach auch Ninjutsu ich mach auch Ninjutsu Rakete Rakete von Ninjutsu pfff no way es ist der Schattenklong Ninjutsu darunter gehört Ninjutsu go Naruto Naruto hehehe wir hatten Doppelgänger ich hab meine Shotgun verloren Schlüsse von Dings Schlüsse von Dings Schlüsse von Dings da ist es Schatten Doppelgänger ja viel mehr stört mich grad als ich meine Schotty abgegeben hab willst du meine? ne 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 passt schon also Schlüsse von Dings irgendwo 3 irgendwo 15 oder so du willst sie brauchen? darunter die Schatten Doppelgänger ja ich bin noch in der Ausbildung wir sind unbedingt close bei uns close wo nochmal Himmelsrichtung kurz nur in die Richtung 15 ähm 345 ok und close ja ja am Stein am nächsten Stein einer hat nen Hit gekriegt hat kein Schild mehr dahinten ohja hat noch einen Hit gegeben zwei beide low ich seh sie nicht ich auch nicht die verstecken sich auch gerade es gibt ein paar wenn du mir sagst wo schieße ich da Granaten ja irgendwo 345 ja aber da ganz links außen hab ihn einmal geschossen 24er Schilde die Zone kommt Alex du bist weit du bist noch weit draußen sozusagen die sind beide low die haben beide Schüsse abgekriegt und einer hat nen Schild noch ok da hat er sich geheilt inzwischen jetzt kommen Ganaten die ersten Kling 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 oh das muss sehr close sein da oben bei dem Haus oder? ja da noch oh das muss close sein wo ist das? wo ist das? das ist an dem Haus das Haus da das Richtige? ja ja genau das soll ich Granaten drauf schießen? wäre zu sagen ich hätte schon gerne einen die von hinten kommen jetzt komm wo er zieht zurück er zieht zurück alle Eckhundern zieht sich zurück komm zu uns er hat 300 jetzt ungefähr ich kann dir nicht ansehen welcher von der anderen Position bin ja aber das wird trotzdem schon mal helfen einer ist down er bin gequillt an der Hütte kann ich spawnen hier da wegen dem Baum liegen so nach rechts komm mal vorne Achtung ein Baum fällt im Haus oh der hat mir gut gequillt er stimmt hinter uns das große Haus noch nicht zwei Leute ich habe ein Haus genommen vor also 300er Team das Front 300er Team wo ist jetzt noch? weiß ich noch jetzt noch das Upper Team hier das Haus Team einer low einer richtig low zieht sich grad nach hinten zurück einer hinterm Haus low also richtiges Haus hinten einen hinten noch ich geh von hinten was hab ich zu verlieren vorsichtig spreng das Ding gerade egal ich mach das hinter dem Haus hinter dem Haus halb ich einen ja da kommt doch einer da kommt doch einer da bin ich noch auf ihm granaten bin low hinterm Haus habe ich einen gekillt ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn von euch aus zurück auf Nordwesten der kommt jetzt links rechts außen rum von dem Gebäude was da ist ich hab mich erst in Ruhr sag mal wo ist er 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 der Jons ist crazy boy sind beide da einer ist angeschossen einer ist down no grenades all over the place no grenade party im Haus im Haus im Haus im Haus ich hab ihn woanders hin gerannt ich wollte grad sagen da war irgendwie nichts wo ich jetzt war 3 6 8 voll Chaos die alle ein weiteres lustiges Ründchen ist zu Ende schau bei einem vorbei das ist leider bis dann mal zurück tschüss tschüss